Wir sind die Engel der Dächer. Nach diesem Motto wurde im März 2006 die Dachdeckerei Garschke gegründet, welche seither für Kompetenz und Qualität im Dachdeckerhandwerk steht. Mein Team wird regelmäßig geschult, arbeitet fachlich kompetent und hat als oberstes Gebot die Zufriedenheit des Kunden. Unser Arbeitsspektrum erstreckt sich über alle Bereiche des klassischen Dachdeckerhandwerks. Ob Flachdach, Steildach, Terrassen, Zimmerei oder Dachklempnerarbeiten, die Dachdeckerei Garschke findet stets die passende Lösung für Sie und Ihr Bauvorhaben. Auch feuchte Kellerwände sind für uns als zertifizierter Fachbetrieb kein Problem. Gerne überzeugen wir auch Sie von unserem Können. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Projekte. Untertitelung des ZDF, 2020